Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ab morgen ist es wieder soweit. Joghurt können Sie zu sehr interessanten Aktionspreisen einkaufen. Jetzt heisst es profitieren. Und denken Sie daran, wenn Sie morgen in Ihrem Go-Bladen einkaufen, es lohnt sich bestimmt. Höchste Qualität zu tiefstem Preis, das ist unsere Leistung. Apropos Leistung. Bis ein Joghurt auf Ihren Tisch kommt, braucht es viele Arbeitsgänge von unzähligen Fachleuten. Natürlich fängt alles mit der Milch an. Wenn Sie von der Sammelstelle in unserer Molkerei eintrifft, wird Sie zuerst einmal kontrolliert auf die Frische, auf den Fett- und Eiweisskalt und natürlich auch auf eventuelle unerwünschte Substanzen, denn das wäre sicher das Letzte, das wir in unserem Joghurt gerne hätten. Vor dem Pasteurisieren wird die Milch standardisiert, das heisst nach Fettkalt getrennt. Wie Sie wissen, können Sie bei unserem Joghurt wählen zwischen Vollmilch, Teilentramtenjoghurt und Sonnigen aus Magermilch. Wenn Sie auf Kalorien schauen, hier noch die entsprechenden Angaben. Ein Naturvollmilchjoghurt hat 65, ein Teilentramt 55 und ein Magermilchjoghurt noch weniger, nämlich nur 40 Kalorien. Im nächsten Schritt werden der 42 bis 45 Grad warmen Milch Kulturen beigefügt, die dann dafür sorgen, dass die Milch zu Joghurt wird. Auch bei den Kulturen gibt es natürlich Unterschiede. Diese Joghurt hier enthalten die original bulgarischen Kulturen und sind darum milder und cremiger als die herkömmlichen. Man sagt ihnen darum auch Könige des Joghurts. Noch milder sind diese Joghurte mit Bifidus- und Acidophiluskulturen. Sie gelten als besonders verdauungsregulierend. Im Moment sind wir aber noch nicht so weit. Zuerst wird das Joghurt noch während 4 Stunden bei 40 Grad bebrütet, dann werden die Früchte beigemischt und alles in Becher abgefüllt. Was die Becher betrifft, vielleicht noch eine kleine Zwischenbemerkung. Die Umwelt ist uns auch beim Joghurt wichtig. Immer mehr Coopjoghurt werden mit einem Papierdeckel und nicht mehr mit Alu verschlossen. Die neuesten Becher kann man sogar nach Material trennen und entsprechenden Sorgen. Auch das ein weiterer Beitrag von Coop an die Reduktion des Abfallbergs. Ein wichtiges Kapitel bei der Herstellung des Coopjoghurt ist der Qualitätssicherung gewidmet. Neben der Routinenkontrolle, ob zum Beispiel die richtige Joghurtsorte auch im richtigen Becher gelandet ist, werden da der Geschmack, die Farbe, Konsistenz usw. mit geschultem Auge und Gaumen geprüft, und zwar jeden Tag. Neue Sorten, noch leichter und noch fruchtiger, noch erfrischender sind im Trend. Darum wird bei Coop auch der Forschung und Entwicklung grosse Bedeutung beigemessen. Aber lassen Sie sich doch bei Ihrem nächsten Besuch in einem unserer Läden am besten selber von der grossen Auswahl überraschen. Eine andere Köstlichkeit möchte ich Ihnen vom Mars empfehlen. Es geht um ein Produkt, das viel Erfrischung verspricht und einem schon fast ein bisschen in Ferienstimmung versetzt. Du hast Lust, du Sonne? Du hast Lust, du Glasse, hol dir Mars-Eiscream! Jetzt gibt's Mars-Eiscream! Das neue Mars-Eiscream. Der erfrischende Snack. Lustiges Glasse mit zartem Karamell, umhüllt von feiner Milchschokolade. Mars-Eiscream. Der neue Ice-Cream-Snack. Ice-Cream, 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 Mars-Eiscream! Snack und Glasse in einem, wirklich eine gute Idee, die Mars da gehabt hat. Freuen wir uns also auf die Ferien und auf den Sommer. Vorher aber noch ein paar Aktionsangebote, die Sie bestimmt gut brauchen können. Ein Kilo gehacktes Rindfleisch kostet bei Coop nur 9,50. Vier Paket Galahörnli, fein, nur 3,90. Coop Birchermüseli Extra gibt's für nur 3,20. Ausserdem offerieren wir Ihnen die Stilkasserolle aus Inox schon ab 12 Franken. Die eidgenössische Stoffverordnung sieht ja bekanntlich vor, dass schadstoffreiche Batterien nicht den Kehrichtabfuhr übergeben dürfen, sondern müssen in den Laden zurückgebracht werden. Die Vorschrift bezieht sich natürlich auch auf akkubetriebene Geräte wie Rasierapparäte, Zahnbürste oder Elektrowerkzeuge. Ich möchte Sie also einladen, ausgediente Akkus oder Akku-Geräte dort zurückzugeben, wo sie gekauft worden sind. Wir sind entsprechend organisiert und leiten die Geräte zur fachgerechten Entsorgung weiter. Beste Dank. Vorbeugen ist besser als heilen. Gerade wenn es um 10 geht, hat die Weisheit nach wie vor Ihre Berechtigung. Sie sehen, auch für Ihre tägliche Zahnpflege gibt es kaum etwas Besseres als GOP, weil Sie bei GOP die besten Markenartikel können wählen. Zum Schluss möchte ich Sie wieder mal an die knusprigen Party-Stängel von Arni erinnern. Diese butterzarten Blätterteigflüte gibt es mit Salz, mit Käse und mit Kümi. Sie eignet sich bestens zum Knabbern, wenn Sie zum Beispiel den heutigen Abend gemütlich vor dem Fernseher verbringen. So viel für heute aus dem GOP Inforama. Weiterhin einen schönen Abend und morgen viel Vergnügen beim Einkaufen in unseren Läden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017